Silber, Kupfer, Gold, Iron, Dings. Moderate, Forest. Wir gehen nochmal auf Landeflug. Oh, die Schlagkatze schläft. Das ist doch schön. Beam, to, schieß mich tot. Beam down. Und es regnet natürlich, klar. Natürlich. Oh, guck mal, Karotten. Schau an. Du bist freundlich, ne? Ne, deine nicht. Deine nicht. Ach, du kriegst das mal auf die Fresse jetzt hier, ey. Hahaha. Von wegen hier, Freundchen. Da können wir was essen erstmal hier. Bisschen Coffee to go. Bisschen Schokolade. Ja. Und ne Karotte. Jetzt wird natürlich auch wieder dunkel. Oh, ein Häschen. Gucke mal. Oh, Weed. Also, ne? Hm. Ach, jetzt kein Bock drauf. Das ist auch eine Pflanze. Yellow, achso, das ist für Yellow Farbe. Aha. Ganz schön dunkel hier. Achso, wartet mal. Options. Graphics. Zoom Level. Textur Limit. Warte mal, gab es nicht irgendwo. Schade, man konnte die Dings nicht erhöhen. Schade. Ich dachte, man könnte vielleicht das erhöhen, dass es ein bisschen heller hier ist. Ich will das abbauen. Kohle ist immer was, was man brauchen kann, wegen Fackeln alleine auch. Mann, wie die hier andauernd rumblucken, die Dinger. Ich brauche nicht so eine scheiße Lampe auf dem Kopf hier. Öl. Sag mal. Sag mal. Ist da oben überhaupt irgendwas? Ne. Kannst du dich auch bitte ernten? Okay. Kannst du dich auch bitte ernten? Na gut, die Kohle. Nur weil ich da draufgesprungen bin, oder was? Oh, was bist du denn? Da oben ist eine Bude zum Pennen. Toll. Gehen wir nie auf den Senkel hier. Das war klar. Oh, jetzt bin ich echt hochgekommen. Boah. Okay. Sorry Bäume, ihr seid im Weg. Ganz schön dunkel hier alles. Das ist ja auch gelohnt. Das ist ja auch gelohnt. Ey, der ist auch böse auf mich. Warum? Der hat ganz schön gut Schaden gemacht, die Sau. Verstehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, warum die mich immer alle hauen wollen. Ich bin an der Kunde da hier. Schon wieder hier. Alter. Ich hab nur sexy Rüstung an hier. Boah. Das ist doch mal gut, ne? Da ist ja noch mehr. Ernsthaft? Kommt ihr hier hoch? Tatsächlich. Was ist denn hier los auf dem Planeten? Alter, hier sind die aggressiv für alle. Hallo. Hier sieht der cool. Ihr habt richtig coole Sachen hier. Könnt ihr davon was abbauen? Oh, ein Tigerfell. Hallo? Schlafen Sie? Oh, nix drin. Also ihr seid echt schäbig hier. Ey, eine coole Bude habt ihr. Soll ich einen Baum da stellen? Mann. Na gut, ich wollte dich schon nicht immer wieder zumachen. Alter, was haben die denn hier gebaut? Hallo? Alter, schäuze. Was ist denn ein Quest? Das ist eine Truhe. Hm. Was ist das denn? Gauntlet Fist Weapon. Lila. Ja, damit. Was ist das denn cool ist hier? Hallo? Wie war das nochmal? Konntest du lesen dann? Und dann hat man was hinzubekommen. Okay, das auch wieder wegschmeißen. Könnte wieder reinlegen. Okay. Ah, guck mal. Trommeln hier. Kann ich auch benutzen. Bam, 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 bam. Hallo? Ich möchte reden. Akzept. Dankeschön. Das ist ein Häuptling bestimmt hiervon, ne? Coole Hütte. Coole Hütte. Alles aus Holz, aber ein Steinschrank. Äh, ein Steintisch. Ah, das ist schon logisch auf jeden Fall. Hallo? Ja, ja. Ich wollte sie auch nicht stören. Ich will nur einmal ihre Schränke durchsuchen. Siehst du, was ist denn hier? Silver Oil Music Box. Naja. Und nochmal so eine große Hütte? Ne, eigentlich nochmal so eine große Hütte. Sag mal, ist das langweilig oder warum? Könnt ihr hier rumspielen? Wie Aufträge geben oder was? Hey, yo, alter. Dankeschön. Ist irgendwie schon wieder anzupissen, oder? Meine Bitte. Ich wollte eigentlich gerne mal da reingucken, in das Ding hier. Aber es scheint wohl nichts zu sein. Aha. Na? Alles hat noch Flammel. Dankeschön. Ah, naja, gut. Scheint wohl nicht mehr drin zu sein, hier. Aua. Warum? Guck mal hier. Was haben wir da denn? Eins. Bär. Warte mal auf der Obe jetzt rumzuballern. Ja, ja, Mensch. Kennen wir das vielleicht schon? Ich weiß es nicht. Ah, ne, können wir noch nichts. Okay. Gleich wieder reinpacken hier. Dankeschön, war interessant. Was haben die denn für ein riesen Dorf? Und können wir immer ein bisschen leiser sein hier. Ist ja toll, dass ihr unterhaltet, aber so laut muss er noch nicht sein hier. Irgendwo zum Öffnen. Irgendwo zum Öffnen. Ah, guck mal hier. Schöne Holzbank. Toll. Hey, yo. Geh auf. Das ist ein bisschen hier oben. Das sind schon voll die ganze Regierungssachen hier. Nein, die geht die denn werden. Nichts dahin gehen und dann sollte das lesen. Dankeschön. Und jetzt wird's wieder reinpacken. Danke. So, was kommt man da nochmal rein? Da ist nix. Oh, ja. Oh, guck mal, wenn ihr aufsteht, hat ein bisschen nicht. Das ist für mich. Hallo. Wo bist du denn? Willst du mir helfen? Oh mein Gott. Okay. Oh yeah. Okay. To handle. Alter, wie hoch geht denn das hier? Gibt's auch irgendwas immer Geiles? Außer wie komischen Bücher hier immer. Die dazu. Ach, ich weiß es schon. Okay. Wir stören nicht weiter. Hm, interessant. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Nein, das will ich auch nicht. Ich möchte da ran und da reingucken. Halt den Mund jetzt hier. Ich will da reingucken. Bleib da stehen. Okay, nee. Ich kann da nicht reingucken. Sag mal, habt ihr mir die Türen hier alle wieder zugemacht? Habt ihr einen Hackenschuss? Hallo. Wir sehen aber sehr freundlich aus. So, Tür auf hier. Alter. Und die freut sich oder der? Ich kann's nicht erkennen. So, komm wieder raus hier. Gott. Alter, hier. Saiyajin ist so eine Art hier. Blue Saiyajin. Hallo. Ey, ich wollte da rein. Mach doch nicht die Tür von meiner Fresse zu. Echt. Das geht bestimmt auch schon. Oder? Ja. Na klar. Nein, ich will da... Nein, ich will da... Nein, bitte. Nein. Nicht, hör. Mal gucken, mal hier. Ein Riesenschrank mit nur Dings drin. Toll. Der Kronenleuchter drum ist ja cool. Rebel? Rebel. Oh, guck mal. Kartoffeln. Ich glaub, die sind immer attraktiv. Aufladen. Ja, ja. Blub, 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 hat's gemacht. Der geht gut ab, hier, der Kleine. Kommen Sie zu mir hoch. Danke. Ich kann mal was essen hier. Ich hab so viel von dem Zeug eingesammelt hier. Ich will die Augen nicht so essen. Nein. Eine rohe Kartoffel essen. Schmeckt auch gut. Und komm, einmal Chocolat hier. Oh, 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 oh. Freundlich? Ja, ist freundlich. Das Ding ist ja bloß nicht so freundlich, aber meistens. Da hast du den, alter, den Move gesehen. Kacke war nur, dass ich da mit Fallschaden bekommen habe. Okay. Äh. Okay. Okay. Okay.